ho 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 und willkommen beim christmas waiter herzlich willkommen und einen fröhlichen nikolaus wünsche ich euch ja ich habe heute eine schöne flasche auf dem tisch die hervorragend in die weihnachtszeit passt allerdings habe ich sie gestellt bekommen auch der nikolaus darf mal geschenke bekommen von daher vielen vielen dank an die ox distillery für das zur verfügung stellen dieser flasche ich habe mich sehr gefreut ich serviere euch heute den the ox distillery christmas malt ja wir haben eine 0,5 liter flasche es ist spannend weil der 08 15 wo steht er hier steht da war eine 07 da musste ich erst mal genau hingucken aber tatsächlich ist es eine 05 flasche auch hier aus der ox distillery acht jahre alt oloroso sherry cask finish 50 cl 50 prozent wie lang das finish ist steht leider nicht drauf und preislich liegen wir passend zur größe und zur zum alkohol bei 50 euro also 49 90 also 50 cl 50 prozent 50 euro kann man sich doch gut merken so ich bin jetzt sehr gespannt was mich erwartet bis jetzt hatte ich von der ox distillery noch nichts schlechtes im glas und freue mich daher jetzt auf einen vorweihnachtlichen mold als erstes kommt so ein bisschen was getreidiges rot durch gerstenmals getreide vielleicht ein bisschen haferflocken dazu so eine ganz leichte nussigkeit und noch ein aroma was ich gerade noch nicht ganz gegriffen kriege und jetzt kommt so langsam so eine gebäck note mit durch gebäck mit schokolade wo ich gerade an so einen baumkuchen denken muss ich die tage im video zugesehen wusstet ihr dass die meisten menschen in deutschland baumkuchen komplett falsch schneiden der wird nicht einfach so in stücke geschnitten sondern der wird im prinzip wie geschält also oben immer im kreis so ein stück abgeschnitten habe ich irgendwo bei instagram gesehen jetzt kommt langsam noch der orange mit durch und so ein bisschen melke ja man kommt schon auf weihnachtliche aromen wobei ich bei weihnachtlichen aromen auch immer auf so ein bisschen zimt hoffe das habe ich hier noch nicht aber für mich gehört zimt einfach absolut mit zu weihnachten aber es erstmal sehr sehr schön leichte kräuternote noch am ende kräuternote ist so ein bisschen diffus beschrieben wenn ich das jetzt irgendwie mal ein bisschen beschreiben sollte bildlicher beschreiben sollte dann bin ich gerade beim weihnachts shopping und gehe weil ich noch irgendwie ein geschenk für oma oder für die tante oder so brauche wo man nicht so richtig weiß was man schenken soll gehe in so einem teeladen und in so einem teeladen kommen einem ja dann auch erst mal so ein ganzer schwall an gewürzaromen entgegen daran erinnert mich das zum wohl schöner würziger antritt sehr trocken im geschmack da kommt jetzt tatsächlich so eine dunkle staubige note in kombination mit einer dunkleren fruchtigkeit ich habe wieder so ein bisschen orange blutorange aber auch ein bisschen trockenobst würde ich sagen vielleicht auch so in richtung datteln gehen also so richtig schön so weihnachts sachen kenne diese datteln im schokoladen mantel die gibt es nur wieder so beim aldi glaube ich ähm dazu wieder die gewürzmischung wieder die nelken ja der passt schon zu weihnachten also ich habe es ja grundsätzlich immer lieber so ein bisschen fruchtiger das ist der jetzt nicht also der geht tatsächlich mehr in diese weihnachtliche gewürzmischungsrichtung klar der hat auch so ein bisschen orange und datteln mit dabei aber er ist jetzt nicht so der beerenmix oder ja also das was ich an vielen stellen sehr sehr gerne mag hat der nicht der geht ein bisschen in eine andere richtung ist aber gar nicht schlecht ist mal so ein bisschen kontrast dazu und äh schmeckt echt gut in der nase kommt jetzt immer mehr auch ein bisschen holz mit dazu holz und apfel und ich habe ja vorhin schon gesagt so ein bisschen nussig das könnte jetzt tatsächlich auch in richtung mandel gehen und dann einhergehend mit marzipan und dann also die 50% sind eine ideal gewählte trinkstärke der hat eine ordentliche kräutermischung der hat eine ordentliche würzung dadurch werden glaube ich mehr prozent dann schon fast ein bisschen kritisch gewesen dass der dann vielleicht ein bisschen zu intensiv wird auch zu sehr schiebt ähm so mit 50% ist der eigentlich auf den punkt genau so soll er sein wie gesagt und dann fängt er erstmal so richtig schön trau äh trocken staubig an trocken staubig traubig ähm also trocken staubig mit so einem leichten orangeneinschlag bevor dann die gewürze kommen die nelke kommt diese weihnachtstee mischung kommt ähm und zum abgang hin kommt dann noch so ein bisschen schokolade dattel aber eben auch das holz und ganz am ende vielleicht noch so eine apfelnote also spannender whisky wirklich schön auch zu den weihnachtlichen aromen passend ähm ist jetzt nicht 100% mein geschmacksprofil ist aber überhaupt nicht schlimm ähm ich finde ihn trotzdem sehr sehr lecker und wer es mehr so in diesem diesen würzigen bereich mag diesem ähm kräuterigen bereich oder eben halt diesem weihnachtsmischung der ist glaube ich hier ganz gut aufgehoben wie gesagt was mir fehlt ist ein bisschen zimt aber das ist gar nicht schlimm ähm ich glaube ihr könnt euch trotzdem ein ganz gutes bild von dem whisky machen ähm einordnung also er ist lecker er ist sehr lecker er ist sehr gut gemacht ähm es ist für mich nicht der beste aus der Brennerei liegt aber einfach daran weil ich ein anderes geschmacksprofil habe ist aber überhaupt nicht schlimm ihr könnt mich ja ungefähr inzwischen einschätzen hoffe ich und von daher weiß jeder der ähm dann vielleicht mehr in diesem bereich unterwegs ist dass das ein potenzieller kandidat für einen ist 50 euro auf einen halben liter ist natürlich eine stolze ansage gerade bei ich sag mal in Anführungszeichen nur acht jahren ähm ich finde aber dass es trotzdem ein sehr guter und gelungener whisky ist und ähm ja also ich weiß nicht warum äh der Mark manche Sachen als 0,5 und manche Sachen als 0,7 abfüllt vielleicht gibt es dann eine logische Erklärung für die würde mich mal interessieren ähm vielleicht ist es einfach auch aus preistechnischen Gründen wenn ich jetzt überlege die 0,7er Flasche hätte dann wahrscheinlich 70 euro gekostet dann macht man es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen schmackhafter indem man eben unter 50 euro bleibt dafür aber eben nur einen halben liter hat also ich finde der Preis ist okay der Preis ist an der oberen Grenze von dem was okay wäre ähm 70 euro auf 0,7 finde ich okay 50 euro auf 0,5 ist dementsprechend auch okay ähm mehr dürfte er meiner Meinung nach nicht kosten ähm aber das ist ein absolut fairer Preis und damit vielleicht auch wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen apropos Weihnachtsgeschenk oder auch Nikolaus haben wir ja heute ähm stellt dem Nikolaus nicht immer nur Keks und Milch hin sondern vielleicht auch mal ein Drem ich glaube der freut sich zum Wohl gut wenn ihr den Christmas Malt probieren konntet dann lasst gerne mal in den Kommentaren da wie er euch geschmeckt hat was euch positiv beziehungsweise vielleicht auch negativ an ihm aufgefallen ist wo seht ihr den im Vergleich zu anderen Auxiliary Abfüllungen auch das würde mich interessieren mir gefällt der 0815 ein bisschen besser aber der ist natürlich auch genau mein Geschmacksprofil wie ihr wisst ähm das ist zum Glück alles Geschmackssache ich glaube dass es viele viele gibt da draußen die es genau andersrum sehen von daher lasst mir gerne einen Kommentar da ich bin super neugierig ansonsten würde ich mich auch sehr freuen wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt den Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao